Ja, danke Nina für deine Nominierung. Wir beide akzeptieren die Ice Bucket Challenge. Uns ist wichtig, dass wir den Ernst hinter dieser Sache nicht vergessen. Ja, meine Brille muss ich abnehmen. Ja, ich nominiere Marlina, Annika Heilmann, damit Grüße nach Irland. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Klassenfahrt. Und Bettina Kersten, ihr habt 24 Stunden Zeit und ihr kippt los. Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Sehr erfrischend. Schön, dass es gerade sowieso regnet. Ja, bitte her. Ja, komm. Kannst du auch was machen.